Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Donnerstag, am 17. Oktober 2024, sprechen wir über die Stablecoin-Adoption in den USA versus global. Dann sprechen wir über eine erhöhte Kryptosteuer in Italien. Wir sprechen über den Ripple-Stablecoin RLUSD. Und dann sprechen wir noch über eine Klage gegen Jump Trading wegen Pump und Dump, sowie über einen neuen Bericht bezüglich asiatischen Kryptoinvestoren. Springen wir in diese erste News-Story. Und zwar sprechen wir über einen neuen Bericht von Chainalysis. Und in diesem Bericht steht, dass die USA in Sachen Stablecoin-Adoption nachhinken soll. Vor allem, wenn man global das Ganze betrachtet. Während die US-Stablecoins zum Beispiel bei den regulierten Börsen 2023 etwa 50% betragen haben, sind sie im 2024 nur noch 40%. Ich spreche dabei nicht nur von den Reserves, sondern natürlich auch von den Stablecoin-Transaktionen. Das bedeutet, dass vor allem US-regulierte Kryptobörsen teilweise die Stablecoins entweder aus dem Angebot rausgenommen haben oder eben fokussiert haben, weil sie zum Beispiel Tether entsprechend entfernt haben und sich zum Beispiel nur noch auf USDC fokussiert haben. Nichtsdestotrotz ist ganz klar, in Nordamerika ist zumindest die Stablecoin-Krypto-Adoption am Nachhinken. Denn vor allem in Ländern, die inflationsgeplagt sind, wie Argentinien, Türkei oder auch Vietnam, sei vor allem die Stablecoin-Adoption relativ hoch. Das sagt zum Beispiel der Tether-CEO Paolo Arduino. Das gekoppelt mit dem Fakt, dass in den USA regulatorisch nicht ganz klar ist, wo die Stablecoins denn genau hinfallen sollen, bringt schlussendlich eine Situation, bei welcher zum Beispiel in Bermuda die Stablecoin-Adoption höher ist als in den USA. Auch in Kanada ist sie um etwa 4% höher, wenn wir global die Kryptobeträge im Juni 2024 anschauen. In Sachen Bitcoin ist sie zwar führend, die USA, aber wie gesagt, in Sachen Stablecoin gerechnet, hinkt sie da immer noch hinten nach. Und das ist insofern ein Problem, weil das Thema Stablecoins natürlich als eines der Anwendungsfälle in Krypto überhaupt gilt. Wir sprechen auf der einen Seite vom Anwendungsfall des Wettenmarktes, siehe Polymarket, der relativ gut funktioniert und auch in den Massenmedien bereits verwendet wird. Dann sprechen wir über Stablecoins, die natürlich für grenzüberschreitende Zahlungen sehr relevant sind und auch das Asset US-Dollar grundsätzlich auch in der Verbreitung unterstützen. Und dann ist natürlich der dritte Punkt der ganze DeFi-Markt. Dieser ist aber so klein, dass wir davon ausgehen, dass dieser Anwendungsfall zumindest global gerechnet noch nicht etabliert ist. Wir sprechen weiterhin über Stablecoins, sprechen jetzt aber über den RLUSD, das ist nämlich der Ripple Stablecoin. Und Ripple hat gerade den Börsenpartner bekannt gegeben für den RLUSD und es sind sehr bekannte Plattformen, zum Beispiel Uphold, Bitstamp, Bitso, Moonpay, Independent Reserve, Coinmena und Bullish. Diese sind unter anderem als erster Partner bekannt gemacht worden, um den RLUSD in der Distribution zu unterstützen. Das Ziel soll es sein, so bis in den Goldstandard für Stablecoins in Unternehmensqualität darzustellen. Wie Sie das genau machen möchten, ist unter anderem, indem Sie das Ganze mit einer Treuhandgesellschaft in New York herausgeben möchten, wodurch das Ganze natürlich einer strengen Aufsicht unterliegt. Zu den Mitgliedern des Beirats von Ripple, dessen Schwerpunkt auf der Einhaltung von Vorschriften liegt, gehört die ehemalige Vorsitzende der Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, der Vereinigten Staaten, Sheila Baer. Und das zeigt ganz klar, RLUSD möchte da wirklich einen neuen Standard bezüglich Stablecoins setzen. Die Frage ist, ist der Zug nicht schon abgefahren? Hat USDC da nicht schon die Überhand, zumindest im US-amerikanischen Markt mit USDC und im europäischen Markt mit dem EuroC? Es könnte aber durchaus noch zu einer spannenden Situation führen, denn Brad Garlinghouse, der Ripple-CEO, sagt, dass für grenzüberschreitende Zahlungen der RLUSD zusammen mit XRP gebraucht wird, um vor allem schnelle und kostengünstige Zahlungen zu ermöglichen. Ripple ist in Sachen Transaktionsgeschwindigkeit und Kosten noch mal ein bisschen günstiger als Ethereum, worauf ja USDC hauptsächlich aufbaut. Allerdings hat auch USDC bereits mehrere Chains in der Unterstützung angekündigt, beziehungsweise ist, glaube ich, auf fünf Chains bereits verfügbar. Und das hilft natürlich bei der Distribution. Springen wir jetzt nach Europa und sprechen über Italien. Italien möchte nämlich die Steuer auf Kryptogewinne deutlich erhöhen. Anstatt 26 Prozent will das Land bald 42 Prozent Steuern auf Bitcoin und andere Kryptos erhöhen. Das Ganze kommt von Reuters, denn Reuters zitiert einen nicht namentlich genannten Insider aus den Regierungskreisen, der das Vorhaben bestätigt haben soll. 2022 hat die Regierung bereits die gesamte Krypto-Steuer erhöht, damals noch unter Mario Draghi. Jetzt ist ja die Premierministerin Georgia Meloni am Hebel und hat jetzt nochmal das Thema entsprechend aufgefrischt. Das könnte natürlich Italien allgemein in eine ziemlich interessante Situation bringen. Auf der einen Seite wurde zum Beispiel mit Binance in den letzten zwei Jahren immer wieder die Diskussion um eine Lizenz von Kryptobörsen, Kryptodienstleistern und Kryptoverwahrern aufgefrischt. Man hat dann schlussendlich die Lizenz auch erhalten bzw. verteilt und jetzt ist natürlich die Frage, ob sie Krypto-Investments im Land überhaupt noch fördern möchten. Mit 42 Prozent scheint das zumindest nicht der Fall zu sein. Dann sprechen wir über eine Klage gegen Jump Trading. Die werden nämlich vom Spieleentwickler Fracture Labs angeklagt bezüglich des DIO-Tokens, der vom Fracture Labs herausgegeben wurde. Jump Trading wird nämlich nachgeworfen, dass sie sich bezüglich Pump und Dump im Markt entsprechend einen Riesenprofit ausgeschlagen haben sollen und das Ganze wird folgendermassen dargestellt. Fracture Labs hat 2021 einen Vertrag akzeptiert, bei welchem Jump als Market Maker auftreten wird und die initiale Verteilung des DIO-Token auf der Kryptobörse Huobi, heute HTX, durchführen soll. Als Teil dieses Vertrags hat der Spieleentwickler etwa 10 Millionen DIO-Token an Jump ausgeliehen. Die waren damals etwa 500.000 US-Dollar wert und haben zusätzlich 6 Millionen Tokens, etwa 300.000 US-Dollar, an HTX verteilt. HTX soll dann Online-Influencer angefragt haben, ob sie den DIO-Token nach dem Launch entsprechend promoten würden. Das haben sie dann auch. Beim Launch ist der Token dann auf 0,98 US-Dollar gestiegen. Das heisst, die ausgeliehenen Tokens waren etwa im Wert von 9,8 Millionen US-Dollar. Jump Trading soll dann die gesamte Anzahl der Tokens verkauft haben, was zu einer Massenliquidation geführt haben soll und den Preis runtergedrückt haben soll auf 0,005 US-Dollar. Danach habe Jump Trading diese Tokens für etwa 53.000 US-Dollar zurückgekauft und an Fracture Labs wieder zurückgegeben. Danach wurde der Vertrag aufgelöst. So steht es in der Anklage von Fracture Labs gegen Jump Trading. Das wäre jetzt nicht der erste Fall. Jump Trading ist natürlich auch wegen der Terra-Luna-Geschichte immer wieder unter die Räder geraten. Zuletzt auch in der August-Krise, als herausgekommen ist, dass Jump Trading einen grossen Teil der Ethereum-Tokens, die sie halten, abverkaufen musste. Wie diese Anklageschrift bzw. das Gericht entscheiden wird, das wird ein sehr spannender Fall. Denn wie gesagt, Jump Trading auf der einen Seite ein wichtiger Market-Maker in der Kryptowelt, auf der anderen Seite eventuell als der Akteur in ganz unterschiedlichen Krisen an vorderster Front. Zum Schluss sprechen wir über einen Bericht, bei welchem anscheinend 94% der asiatischen Privatinvestoren Kryptos zumindest in Erwägung ziehen würden. Viele Investoren glauben auch, dass Bitcoin etwa 100.000 US-Dollar an Wert haben soll, und das sogar bis Ende des Jahres. 76% der privaten Investoren in Asien haben bereits in digitale Assets investiert. 18% evaluieren gerade, ob sie in der Zukunft in Krypto- und digitale Assets investieren möchten. Das ist ein ziemlich starkes Wachstum im Vergleich, denn 2022 war das Thema noch nicht so aktuell, bzw. damals waren die Prozentzahlen um einiges geringer. Von etwa 5% ist das Ganze nun auf etwa über 10% gestiegen. Das heisst, die Anteile in den Portfolios sind um das Doppelte gestiegen, und das in nur zwei Jahren. Der asiatische Markt ist tendenziell für Krypto ein sehr wichtiger Markt, denn die grössten Kryptoinvestoren kommen oft aus asiatischen Ländern. Zum Beispiel ist Südkorea tendenziell immer in den Top 3, was das Handelsvolumen von Bitcoin global betrachtet angeht. Das war es vom Krypto-Podcast. Heute, wir hören uns morgen wieder. Vielleicht kommt es sogar morgen noch zu einem spannenden Interview. Von daher unbedingt abonniert bleiben. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Tag. Macht's gut und bis dann.